Was ist die Krugrede? Sie ist eine Artistin, sie ist Schauspielerin und vor allem sie ist eine waschechte Oberbayerin. Wiesen erprobt, zahlreiche Auftritte haben sie in verschiedenen Funktionen schon ums Oktoberfest auf dem Oktoberfest gestellt und sie ist vor allem deswegen so bekannt und beliebt, weil sie kein Bladl vor den Mund nimmt. Weil sie sagt, was sie denkt und auch von niemandem ein Bladl vor den Mund pappen lassen und damit ist es glaube ich auch schon klar, wie es ist, Monika Gruber. Liebe Monika, komm hervor, einen herzlichen Tag. Ja, grüß Gott beieinander. Ich habe Angst gehabt, dass ich zu spät komme wegen der Klimakleber, aber das war bloß ein paar Versprengte, weil der Großteil ist ja im Urlaub geflogen. Ich habe einen von der Stadt, der eine gelbe Warnwest noch gehabt hat, der hinten drauf stand, ohne Hirn- und Arbeitgeber wird man einfach Klimakleber. Ja, grüß Gott beieinander und herzlich willkommen zur Präsentation des diesjährigen Wiesenkrucks der Landeshauptstadt München, die ich in diesem Jahr übernehmen darf. Danke an Clemens. Das wäre jetzt schön, wenn man von der Frauenquote auch mal profitieren kann. Nein, im Ernst, als mich der Clemens gefragt hat, dann hätte ich auch zugesagt, wenn ich keine Frau war. Weil wer könnte schon Nein sagen zu dem Mann mit dem schönsten Amt in der bayerischen Kommunalpolitik, dem einzigen Politiker, dessen Diäten in Freibiermarken ausgezahlt werden. Man könnte fast sagen, der Monaco-Franzi aus dem Münchner Rathaus, nur halt ohne Weibergeschichten. Von der Statur her eine bayerisch-griechische Gottheit, also eine Mischung aus Stavro Kostatinidis und Franz Josef Strauß, mit dem spitzfübischen Grinsen eines Toni Reuterer, der ist übrigens, glaube ich, da, oder? Wo ist er denn? Also da sitzt er! Servus! Und der rustikalen Coolness eines Hubert Aiwanger, quasi der Wiesn Don Corleone im Trachtenanzug, der Pate der Wiesnwirte. Wenn der dein Angebot macht, das kannst du natürlich nicht ablehnen, he? Nein! Übrigens, ist das nicht ein schönes Wort Wiesnwirt? Ich denke mir, ich stelle mich so toll vor, wenn du ein Formular ausfüllst und dann füllst du einfach ein Wort, wo jeder weiß, da verbinde ich nur schöne Sachen damit. Zwei Worte Wiesn, also da hast du gleich im Kopf saftiges grünes Gras und bei Wirt denkst du an den Betreiber von deinem Stammlokal und die vielen Gratis-Schnappsal, die über die Jahre natürlich ausgeschenkt hat, nach dem Motto, trinken wir einen Rüscherlmoni, so jung, gehen wir nicht mehr zusammen. Gut, bevor da von einem Wiesnwirt ein Gratis-Schnapsal grüßt, da dreht eher der Habeck die Atomkraftwerke wieder auf, aber egal. Nein, beim Doni habe ich sogar einen Champagner grüßt, aber egal. Wiesnwirt, das klingt so schön wie Brezenbaron, Krapfenkönig oder Press, sagt Patricia. Jetzt kann ich es an euch sagen. Wissen Sie was mein großes Lebensziel ist? Wiesnwirte. Wirklich. Gut, mit anständiger Arbeit schaffe ich das natürlich nicht mehr, das geht halt nur durch Heirat. Die Älteren unter Ihnen wissen, ich hätte es mal über die Brauereischiene probiert, aber lassen wir das. Theoretisch. Theoretisch. Nein, kannst du, aber theoretisch starten wir ja der Titel einer Wiesnwirtzgattin, voll auf lange. Wiesnwirtzgattin, das klingt ja schon ganz anders als Kabarettistin. Da weißt du, du liegst am Friedhof auf der Südseite und die Blumen auf dein Grab werden jeden Tag mit Augustinerbier gegossen. Weil du, du weißt ja schließlich wer, die Gattin von einem Wiesnwirtz. Als Wiesnwirtzgattin wirst du auch nicht geboren, das musst du erst einmal werden und bleiben. So ein verliehenes Bier-Adelsprädikat, das kann ja auch schnell wieder weg sein. Apropos, ist der Peter Reichert da? Ja. Ist er da? Ja, bitte geh auf den armen Mann, ist viel genug rumgehackt worden. Und ein gehöriges Maß Vorverurteilung war da auch dabei. Ich meine, nach drei Jahren Corona-Wahnsinn, da hat die Presse natürlich sich ausgehungert, auf das allererste magere Sündenböckerl gestürzt, das ja ganz unschuldig über den Weg gesprungen ist. Ich habe den Peter gefragt, wegen seiner angeblichen Hygienemängel, wie er das das mal mit die Wiesnkontrolleure halten würde. Und er hat gesagt, ah, wir werden uns schon zusammenraffen. Aber, apropos Kontrolleure, ist auch jemand von den Grünen da? Ja, die armen Grünen, die haben es ja wirklich nicht einfach. Es ist auch schwer, wenn man immer das Gegenteil von dem fordert, was die Mehrheit der Bevölkerung möchte. Weil die einfach noch nicht so weit sind. Die Mehrheit der Bevölkerung, die klebt immer noch an so verkrustete Lebensentwürfe wie Wohlstand, Brauchtum, Traditionen. Das ist oft nicht gut fürs Klima. Nehmen wir zum Beispiel mal die Weißwürste. Für den Münchner sind Weißwürste ja schützenswertes Kulturgut. Blöd halt, dass der Münchner sich seine Weißwürste nicht hat schützen lassen. Darum haben jetzt ein paar grün angehauchte Start-up-Unternehmer eine vegane Weißwürste erfunden. Ich habe es probiert, ich muss sagen, man kann es essen, aber A, du musst sehr viel Hunger haben, B, du darfst beim Essen auch gar keinen Fall an der Weißwürste hängen und C, du darfst nicht lang kauen, einfach schlucken. Manche Wiesenwürste bieten ja die vegane Weißwürste, weil der Bayer halt sagt, leben und leben lassen. Nein, ist ja schmarrn. Der wahre Grund ist, du musst wahnsinnig viel saufen, dass du das Zeug überhaupt runterkriegst. Das ist der wahre Grund. Übrigens hat Katharina Schulze das dauergrinsende Duracell-Haserl der Grünen neulich auf einer Bühne getönt, ich hätte irgendwo erzählt, dass die Grünen das Fleischessen verbieten wollen. Das stimmt nicht, weil ich habe nur das wiedergegeben, was in grünen Kreisen lebhaft diskutiert wird. Der Fleischverbrauch soll auf 10 Gramm pro Person pro Tag limitiert werden. Jetzt gehe ich in eine Metzgerei und kaufe dir 10 Gramm schwarzen Presssack. Da lässt sich die Wurst-Fachverkäuferin nach Haareinweisen. Bei 10 Gramm Fleisch pro Tag reicht eine halbe Schweinsachsen von Weihnachten bis Ostern. Aber die Frau Schulze redet halt einfach gern und denkt sich, wie mein Spätzl rein und dir rankommt, wenn ich nicht mehr liegen darf, darf ich nichts mehr erzählen. Es gibt inzwischen viele Leute, und da gehöre ich dazu, die essen ja relativ wenig Fleisch. Nach dem Motto, früher hat es auch bloß einmal in der Woche einen Sonntagsbran gehen. Ganz lustig finde ich aber die Leute, die immer sagen, ich esse nur Fleisch von glücklichen Tieren. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Du gehst da spazieren, siehst zu einem Kaiberl auf der Wiese, also mit einem Löwenzahn, wie das mit einem Blärmerl im Weih um seine Mama rumhopft und dann denkst du dir schnell, hol ein Bolzenschuss, das wird mein nächstes wie ein Schnitzel. Ich meine halt, sollten wir nicht eher die unglücklichen Viecher zusammenfressen, die einen Silomais-verstoffwechselnden Mastochsen aus der Anbindehaltung, der so lädschert reinschaut wie Olaf Scholz nach einer Kabinettssitzung, so leer und da sind sie überdrüssig. Da denke ich mir auch, weißt du, was dem gefallen tut, am Morgen lernst du meine Semignittel kennen. Die Wiesen ist ja sowieso sowas wie eine riesige Glücksmaschine. Jetzt beglücken uns der Clemens Baumgärtner und der Herr Stadtrat Roland Hefters zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte mit kostenlosen Trinkwasser auf der Wiese. Wenn der Arzt bei der Vorsage untersucht, dann zu einer sagt, sie haben viel Wasser in die Füße, da können sie ruhigen Gewissens sagen, das muss auf der Wiese passiert sein. Aber wie sagt mein alter Freund, der Rauchrudi, immer kein Wasser ohne Wasser lassen und da drängt sich mir schon die Frage auf, gibt es eigentlich noch keine Gender-Toiletten auf der Wiese? Nein, das wundert mich. Da bin ich jetzt ein bisschen enttäuscht. Das ist von einer rot-grünen regierten Stadt, ist das unwürdig. Ein Vorschlag von mir, wir machen es wie in Italien, da gibt es ein Klo. In Italien hast du das tollste Lokal am Ort und da gibt es ein Klo für alle. Für Manderl, Weiberl, Behinderte, Kinder, all die Transgender und alle, die sagen, ich fühle mich heute als Laubfrosch. Und keiner regt sich auf. Das weißt du. Oder in jedem Bierzelt eine Unisex-Toilette, dann brauchen die jungen Leute mit hinter dem Bierzelt in der Ketten schnackseln. Übrigens hat er heuer auf der Wiesn, hat es er dank der Wiesn-Stadträtin Anja Berger, einen Arbeitskreis gegeben, um sexistische und rassistische Darstellungen an Fahrgeschäften und Stangeln zu entfernen, von denen sich Oktoberfest-Besucher, SternzlInnen, ich zitiere, verletzt fühlen können. Das Fahrgeschäft Topspin zum Beispiel, das schon länger auf der Wiesn als Frau Berger auf der Welt ist. Und das in all den Jahren hat da noch nie einer zum Betreiber gesagt, Mensch, ich fühle mich voll verletzt von dem Bildl von der feschen Frau im Bikini, die sie da auf ihrem Fahrgeschäft haben. Ich behaupte einfach, gegen das, was man heutzutage im Internet zum Sehen kriegt, ist so eine Budenzeichnung in etwas so sexistisch und verletzend wie ein Benefiz-Konzert von Patrick Lindner in einem Heim der Arbeit der Wohlfahrt. Aber es hilft nichts. Der Betreiber, der Manfred Seele, hat sein Geschäft verkauft. Andere Kollegen von ihm haben in den sauren Apfel gebissen und viel Geld ausgeben, um die bösen, bösen, rassistischen oder sexistischen Darstellungen überpinseln zu lassen. Mich würde es ja nicht wundern, wenn irgendwann einmal rauskommen würde, dass die Malerinnung massive Parteispenden an die Grünen gezahlt hat. Aber ich schweife ab. In der Rede geht es ja um den Wiesngrub. Und ich schwadroniere davon die Grünen. Andererseits, was ist auf dem Wiesngrub ganz vorn zum Sehen? Eine grüne Brezze. Herrschaften, eine grüne Brezzen. Also selbst wenn ich Fan der Grünen bin, dann kann man doch keine grüne Brezzen auf einen Maskrug malen. Eine grüne Brezzen ist ein Fall für die Lebensmittelkontrolle. Eine gelbe Maskrug heißt, am Bier verdient die FDP. Das Herz der Stadt schlägt für die SPD. Und der Oberbürgermeister ist ja auch sehr herzig. Und über allem wacht die CSU mit einem blauen Auge. Aber eine grüne Brezzen. Und man kann die Grünen ja viel zusprechen, aber keine Brezzenkompetenz bei dem, was die momentan alles nicht gebacken kriegen. Ganz ehrlich. Egal. Es gibt auf der Wiesn ganz andere Fragen, die viel drängender sind. Wie viele Schläge braucht der Reiter diesmal? Antwort, weniger als er gerade täglich für die zweite Stammstrecke einstecken muss. Und dann natürlich die Frage, gibt es eine Row Zero beim Anstich? Ich meine, wer im Schottenhammel in die Row Zero kommt, der weiß doch, worauf er sich einlässt. Da wird man unter Zufuhr von Alkoholiker willenlos gemacht. Und dann macht man irgendwann auf und findet sich auf einem Selfie mit dem Söder wieder. Hashtag Söder ist. Und zum ersten Mal gibt es auf der Wiesn kein Ponyreiten mehr. Sehr zum Leidwesen vieler Kinder und der Betreiber, die unter Tränen ihr Geschäft schließen mussten. Auf dem Viertel reiten ist Tierquälerei. Aber fressen darfst du das seit 2010 auf der Wiesn, die Pferdl. Denn seitdem gilt das laut Stadtrat nicht mehr als Pietätlos. Da gibt es nämlich einen Rosmetzger. Ich sage einmal wegen der kurzen Wege nach dem Motto. Da ist dein Wurstmal an Kabinien, auf der bist du letztes Jahr noch geritten. Übrigens habe ich gelesen, dass bei der Ammer Entenbraterei eine halbe Öko-Anten 53 Euro kostet. Jetzt rechne ich mir das auf eine ganze Anten hoch, dann koste ich sage und schreibe 106 Euro. 106 Euro für eine ganze Anten. Das waren einmal 212 Mark. Was haben die vorher mit dem Fisch gemacht? Ist dem Stanglwirt aufgesungen worden? Mit dem Meter Vollkornweiz und hat jeden Abend ein Fussel in Freckszonen-Massage in eine Kräuterpackung gekriegt. Was haben wir noch auf der Wiesn 2023? Ah ja, sexistische Handlungen sollen stärker bestraft werden. Ich habe gleich Angst gehabt, nein, wollen die jetzt den schwulen Sonntag in der Brei-Rusel abschaffen? Nein, pass beiseite. Das ist schon wichtig. Die Frage ist nur, wo hört ein Wiesn-Flirt auf und wo fängt sexuelle Belästigung an? Ich versuche, ein dummes Sprich, immer einigermaßen schlagfertig abzufedern. Früher hat er mal einen Besuch von der Deppe auf der Wiesn-Züme gesagt, gut, da war ich 25 Jahre jünger, als Gott dich erschaffen hat, da wollte er bestimmt angeben. Dann habe ich gesagt, als er dich erschaffen hat, da war er schon mit einem Fuß im Feierrand. Mein Favoritenspruch von dem Preis war ja vor vielen Jahren, sag bitte deinem Hintern, er soll aufhören, meine Augen anzustarren. Dann habe ich gesagt, sag bitte deinem Hirn, es soll nicht daheim bleiben, wenn der Rest von dir freigegeben wird. Und dann bleibt wie jedes Jahr noch die Frage, wie kommt man am besten zur Theresienwiese? Mit dem Auto bestimmt nicht, weil es gibt keine Parkplätze, die U-Bahn ist so voll, es bleibt nur das Radl, das Beförderungsmittel des 21. Jahrhunderts. Zum Glück gibt es immer mehr Radlwege in München, zum Beispiel auf der Elisestrasse, da gibt es ja schon einen, aber der soll auf Wunsch der Grünen noch breiter werden. Muss er ja, damit die woke Mama ihre Drillinge nebeneinander in so einem E-Bike-SUV durch die Stadt kutschieren und jedem sagen kann, was sie alles für die Umwelt tut, wenn sie nicht gerade beim Göttergarten zum Öko-Eisschlecker nach San Francisco chattet. Und wenn der Radlrambo mit seinem All-Terrain-Bike mit mehr Gängen wie Lottozahlen nicht an ihr vorbeikommt, dann schäbert es halt. Der Bezirksausschuss hat übrigens gefordert, dass man während der Aufbauzeit der Wiesen ständig mit dem Radl durchfahren können muss. Freie Fahrt für freie Radler. Oder anders gesagt, die Radl-Durchfahrt durch die Wiesen ist für die Grünen das Gleiche, wie für die CSU die Autobahn durchs Isenthal. Und dann hat ein gewisser Herr Arne Brach, ist er heute da, Arne Brach von den Grünen, der hat kürzere Aufbauzeiten für die Wiesen gefordert. Ich weiß nicht, Herr Brach, haben Sie schon mal was gehört vom Fachkräftemangel? Vielleicht laufen sie nicht so viel und langen selber zu, dann sind wir vielleicht eher fertig. Und der Herr Brach, ich weiß nicht, ist er da? Die ist nicht da. Das wundert mich nicht. Und der hat auch wieder gefordert, dass die Wiesen wieder echte Wiesen werden sollen. Also ein Wald, weil, so hat es geheißen, München, ich zitiere, eine Schwammstadt werden soll, die quasi die ganze Flüssigkeit nachhaltig aufsagt. Also wenn München während der Wiesen keine Schwammstadt ist, dann weiß ich es auch nicht. Ich kenne Leute, die kommen als Mensch auf die Wiesen, bleiben 14 Tage und fahren als Feuchtbiotope wieder heim. Und alle, die glauben, dass die Wiesen schon längst abgeschafft können und dass man auf der Theresienwiese ein Biotop für Weißströche oder Gelbkopfgeier, und mit Gelbkopfgeier meine ich nicht die FDP, machen soll, denen würde ich folgende kleine Geschichte gerne erzählen. Ich war vor 16 Jahren einmal in der Händlbraderei Poschner. Das ist der Zuflutzort für alle, die einfach mal nur raschen wollen, weil der Unterdachs nämlich keine Musik spielt. Und ich sitze da immer, wenn ich reingehe, rechts, logisch, denn da ist meine Lieblingsbedienung, altersmaßig weit über 70, und die hat eigentlich nur noch die Bestellungen aufgenommen. Das Essen und das Bier gebracht haben dann kräftige junge Burschen, und sie hat vielleicht einmal Servietten gebracht oder ein Schnapserl. Und ansonsten war sie in der Hühnerbraderei Poschner seit 50 Jahren zuständig für das Wohl ihrer Gäste. Also ergo weniger fürs Kulinarische, mehr fürs Menschliche. Und an diesem Tag war im Mittelschiff eine große Gruppe mit Senioren gesessen, offensichtlich aus einem Altersheim. Und irgendwann gegen 16 Uhr haben die Betreuer dann zusammenbackelt, haben die Senioren nach draußen begleitet, und das Mittelschiff war leer. Plötzlich ist da aber wieder eine ältere Dame gesessen, ganz allein von einer halben Maske. Und auf einmal ist einer von den Betreuer ganz hektisch, und auch hektisch aus der Art, wenn sie direkt zurückgekommen hat, hat sie gesagt, ja Frau Brillmeier, wir suchen Sie schon überall, wir fahren ja jetzt heim. Dann hat sie gesagt, ich? Nein, ich fahre nicht lang. Ich sagte, der Bus ist ja schon, die sitzen ja alle schon drin, so ins Hocker. Ich bestelle mir jetzt nur ein Maske, weil ich weiß nicht, ob ich nächstes Jahr nochmal auf die Wiese komme. Das war so anrührend, wie da die Frau ihr Recht und ihr kleines Glück auf der Wiese zu sein verteidigt hat. Und ich habe mir den geschaut. Bei allem, was immer so geschrieben wird über die Wiese. Dass das alles nur noch eine riesen Kommerzschlacht ist und die reichen Wiesenwirte immer reicher werden und außerdem ist eh nur alles abzoggt und echte Münchner gehen eh nicht mehr auf die Wiese. Das ist alles ein Schmarrn. Freilich, wo ja Wiesenwirt der Geldverdiener und selbst eine sogenannte NGO macht heutzutage mehr Umsatz mit irgendwelchen Leuten, die sich an die Straße packen als ein mittelständisches Unternehmer mit anständiger Arbeit. Und natürlich soll ein Wiesenwirt auch Geld verdienen, weil er hat ja auch eine Verantwortung für seine Mitarbeiter, für das Sicherheitspersonal und für die Gäste. Und dafür, dass du in der Gastronomie in Deutschland inzwischen mehr Bürokratie und mehr Sicherheits- und Brandschutz und geschützte Auflagen hast, als bei einem Raketenstart der NASA, dann müsste doch eigentlich jeder Gastronom ein Schmerzensgeld kriegen. Außerdem, die Neid haben, die immer nur über den Profit von den anderen jammern und darüber, dass die Mast zuschließt, eingeschenkt ist und die Brezen früher größer waren und die Frauen früher netter und das Wetter besser waren, die gehen doch sowieso nicht auf die Wiesen. Das sind doch die, die mit ihrem Oettingerbier und ihrer Dauerwurst vom Discounter daheim hocken, lieber ihr kreisliche Schrankwand und die Wiesensendungen vom BR anschauen und vor lauter Angst, jemand anderes könnte ein Fünferl mehr haben wie sie. Aber was die Wiesen ausmacht, das sind doch die Leute, die sich im Sommer schon drauf treiben, wenn im Herbst wieder Wiesen ist. Und du triffst manche Leute nur auf der Wiesen. Die siehst du nur da, komischerweise. Und die Wiesen erinnert auch viel Leute an, dass sie mit der Oma schon in den Flohzirkus gegangen sind, in der Hexenschaukel gehackt sind und dass ein Besuch beim Schichtel genauso dazugehört wie ein Weihwasser bei der Taf. Mein Vater erzählt mir jedes Mal, dass er mit seiner Mama in der Nachkriegszeit aufs Oktoberfest gefahren ist und die hat ein frisch Schlachtshändl in ihrem Körberl drin gehabt. Ungekühlt natürlich. Und das hat sie dann beim Händlbrater abgegeben und dann hast du eine Nummer gekriegt und dann hast du dir dabei ein Maß Bier gekauft und der Papa hat eine Zuckerwatte gekriegt und gebrannte Mandeln und er hat trotz seiner Sektion natürlich auch beim Bier trinken dürfen und bis das Händl fertig gebraten war, hat er schon zum ersten Mal gespühen. Aber er erzählt mir die Geschichte heute noch nach 78 Jahren. Und darum verstehe ich auch die alte Frau aus dem Seniorenheim, die einfach beim Poschen hocken geblieben ist. Und ich verstehe auch meine Mama. Letztes Jahr war ich meine Eltern auf der Wiesn, mein Vater ist schon schlecht zu Fuß, der ist 84 und dann sind wir schon rausgegangen, weil ich auf die Nacht die Leute reingedruckt habe und meine Mama bleibt so auf der Hehe vom Augustiner, bleibt sie stehen und sagt, mei, das war voll schon gut heute, das Bier. Wir waren sechs Stunden auf der Wiesn. Da sage ich, was meinst du jetzt? Dann trinken wir nicht noch eine schaumige Hehe. Da sage ich, Mami, es ist sexy, die tragen eine. Ja, eine. Ja, was hat man noch mal hergekommen? Reingegangen sind wir, eine schaumige hat man getrunken und meine Eltern trinken heute noch davon. Weil meine Mama hat nämlich gewusst, heute, liebe Freunde, das sind die schönen Zeiten, bei denen wir morgen von unseren Kindern und unseren Enkeln vorschwemmen. Und deshalb freuen wir uns auf eine schöne, auf eine friedliche Wiesn 2023 und jetzt steßen wir auf. Ich habe gar nicht zum Aussteßen da. Und solange keiner von den Grünen merkt, dass im Bier auch ein CO2 ist, das wir Deppen immer noch als Kohlensäure bezeichnen. Zum Wohl. Prost.